Servus, du hast aufs Schwarzbier drückt. Was willst du, das probieren wir auch gleich zusammen. Ganz charakteristisch für unser Schwarzbier sind natürlich die Röstmalznoten, schon im Andrunk und beim Geruch merkt man die gleich ganz stark raus. Das geht so leicht in die Kaffeenoten. Ist auch wieder ein vollmundiges Bier, ein sehr kräftiges, kerniges Bier, passt optimal zu Nachspeisen. Wie gesagt, einfach eine schöne Sache, wenn man sagt, auf Nacht einmal, nach der Brotzeit, ein schönes Schwarzbier.